herr leute willkommen zu einer neuen aufnahme heute sind bin ich auf einem privaten server mit ja mit der slime ist das lag ein sagt immer was also proben so wird schon hier gerade ein bisschen roh also das macht nicht mehr er wird wollen hier rum und um ja wir haben jeder ein freund der ist gerade gleich weggegangen jetzt wollen wir den scheiße das kann jetzt ein bisschen nacken das lag ein stück und egal er hat man sehen wir sind super im trollen abfertigt dass sie das schön aus da lalala kxd er hat und ihr habt ja schon gesehen Mr. Slam soll jetzt auch auf unserem Kanal Banner drauf dieser eine da der ein Goldschwert und ein Holzschwert in der Hand hält ich bin weg ja ich bin weg hier kommen einmal Screenshot wir beide erneuern sein warte so er mal wieder her so jetzt wieder machen guck in die Kamera super ja das läuft wir treuern hier in unserem Freund wir treuern die Gartenpfosten Hannes wenn du das hörst wir meinen nicht dich und ja wenn euch dieses wenn ihr mehr von dem Trolling mit Mr. Slam wollt dann schreibt in die Kommentare und dann sage ich tschau 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 tschau